So hallo hallo, heute spielen wir wieder Rafti, die Raft, Raft Und so, ähm, wir haben letztens einen Stream gemacht Und hier haben wir das Haus ein bisschen ausgebaut Und, äh, hier haben wir jetzt ein Bett Und, genau, wir haben auch fast einen, äh, Ofen gecraftet Einen Ofen craftet man nicht, wo ist der Ofen? Ofen, Ofen, Ofen Wo bist du denn, Ofen? Hier, Schmelze Okay, wir, genau, wir haben jetzt die sechs Token-Ziegel Haben wir in den Stream nicht gefarmt Genau, und vier Schraut, dann crafte ich mir gleich den Ofen So, bam Jetzt haben wir in den Ofen Äh, baue ich den hin? Wo baue ich den denn hier hin? Äh, ich glaube, hier so passt das Ah, doch, so, doch, so passt das da Okay, lol Irgendwann haben wir jetzt einen Ofen schon Und, genau, wir haben so, äh, so, äh Aussichtsposten hier gemalt, äh, gebaut Und ich frage mich gerade, warum ist hier, wir haben doch einen Anker, oder? Äh, da vorne war eigentlich eine Insel, aber irgendwie ist unser Anker, äh Okay, ich entferne mal Hier, hier sehen wir die Anker, bis da vorne zur Insel, äh, hat er gereicht Aber egal, wir wollten hier eigentlich noch das Haus hier ausbauen Und wir haben zwei neue, äh, solche Fangnetze gebaut Genau, dann wollte ich hier noch schnell das Dings, das Seil hier einstellen So Du, äh, schwimmt schon wieder Detlef Ich glaube, der beißt eh gleich wieder an Hoffentlich macht er das nicht Und genau, wir haben das, äh, generell das Floß übelst ausbaut Das ist richtig cool So, dann probiere ich jetzt hier irgendwie was zu schmelzen Kann man da was schmelzen? Ich lage mal ein Ich lage mal ein Ich, doch, ich, doch, glaub Ein Metall, jetzt kann man schmelzen Kann man nicht schmelzen? Schmilzt das? Ich weiß nicht, schmilzt das? Ich lage irgendwie, wie, wie irgendwelche Blätter oder so Okay Ich lasse mal schmelzen, wenn das überhaupt schmilzt Und ich hoffe, dass das mal schmilzt hier Dann gebe ich das So Alright, so So, ich hoffe, das schmilzt jetzt hier drinnen Und genau Oh, lol Haben wir einen Bolzen schon? Ja, okay, haben wir Dann lege ich die Bolzen hier auch gleich rein So Wir haben eigentlich relativ viel Staff hier gerade Und hoffe, ich komme jetzt gleich eine Insel So, könnt ihr mal Steck Detlef in die Kommentare Schreiben, wenn ihr den Herr hier mögt Er heißt nämlich Detlef Wer kann Raft hier kennen Detlef Oh Geht da oben Okay, ich crafte mal Hier einen neuen Speer Weil Der wird jederzeit kaputt sein Okay, okay Drei Seile haben wir Okay, nice Bam Okay, jetzt haben wir noch so einen Speer Trinken brauchen wir auch Wieder trinken Trinken Nicht erst trinken Nice Bam Und Bam Jetzt nehmen wir die Chess hier mit So Ähm Genau Ich glaube Ich will immer irgendwie so Es gibt auch nämlich Habt ihr gesehen So einen übelst fetten Sternenkratzer oder so Okay, okay, okay Wollt ihr einen Wolkenkratzer Okay, was kann man hier noch craften? Bogen? Ein Metallspeer Lol Es gibt einen abgegradeten Speer Okay, lol Okay, Netzwerfer Richte ihn auf ein Tier Um es zu fangen Okay Das könnte ich mir auch demnächst craften Weil ich weiß jetzt nicht Wo genau die Tiere hier sind Und Sprinkler? Was ist denn Sprinkler? It seems to need a battery Ich glaube das ist nicht deutsch Genau Ich glaube das ist noch buggy Okay, es braucht eine Äh Es scheint es braucht eine Batterie Und Detlef Wo bist du Detlef? Böse Detlef 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 Nein, 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 nein Nicht das Nein, nein, nein Detlef Nein, nein Böse Detlef Nein Böse Ach, da wäre er Fast doch weggekommen Detlef Wo bist du? Oh, böse Detlef Nein, nein, nein Nicht hier Detlef reinrennen So Ich habe mir überlegt Dass ich eventuell hier Ähm Die Hälfte hier Hier so eine ganze Hälfte Mit solchen Fangnetzen mache Und hier die Hälfte Dann Brauche ich nämlich fast gar nicht mehr So mit Anker Mit den Wer ist mit den Haken hier Sachen Holen Brauche ich mich gar nicht mehr ansteigen Weil dann Kann ich in jede Richtung fahren Und sammle gleich viel Ähm Ressourcen her an So Leichterstelle wieder Ein hier Bam So So eigentlich kann ich hier wieder hochgehen Auf meinen Ähm Turm hier Auf meine Aussicht So und wollte ich eigentlich auch noch weiter bauen Können wir eh heute schauen eigentlich So und Detlef schmied da vorne Ich hoffe nicht, dass Detlef gleich nochmal angreift Kann ich hier von oben Oh lord Kann ich sogar Okay Das macht dem wie wir gerne sehen Aber egal Okay Ich kann von hier oben Ähm Solche Blätter und Holz Mitnehmen Ich brauche unbedingt mehr Fangnetze Ich glaube Ich gebe mal das hier Gebe ich mal die ganz außen Ganz außen So Bam Dann hole ich mir hier Kunststoff Und boah hier so eine Fläche hin Könnte sogar Also eine halbe Fläche Na gut Na egal Ich baue da ganz normale Fläche hin So Ich könnte eigentlich hier so eine erweiterte Fläche Also so einen Erweiterten Boden oder sowas machen Ich weiß jetzt nicht ob sich das jetzt was bringt Ich glaube es bringen sich eher weniger Ja So Bam So Bam Bam So ich könnte hier eigentlich Was ich gerade Was mir gerade eingefallen ist Könnte hier Die Stützen bauen Genau sowas hier Könnte ich hier machen Dreimal Ne viermal Dann kann ich hier so ein Dach drauf bauen Dann habe ich so eine kleine Terrasse Das Das Ich glaube das mache ich in diesem Video Ich glaube das geht sich aus So Dann hole ich mir gleich meine Ressourcen Und baue das Ich hoffe das geht sich aus mit den Ressourcen Sollte sich aber ausgehen So Bam Okay Sollte sich eigentlich ausgehen So bam 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 Doch mit den Nägeln ist sich ausgegangen Okay nice Kann ich jetzt hier eigentlich Drüber setzen Die Dings hier Oh kann ich Hier Bam 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 Und bam Und bam Jetzt könnte ich noch hier So eine Schräge bauen Hier jeweils So kann ich das Ja kann ich oder Oh egal Ich gehe mal hier hoch Dass ich das besser machen kann Von oben So kann ich das so Und Ja genau so Leute Soll ich hier einfach so eine Terrasse Wie cool Okay nice Jetzt kann ich eigentlich den Ofen oder sowas auch Okay Das ist noch nicht durchgeschmolzen Kann ich den Ofen oder sowas auch eigentlich rausstellen Vor allem gerade auf Ich brauche Essen Lol Wie cool das einfach ist hier Könnt ihr auch noch Oh Und hier ist eine Chest Könnt ihr auch noch solche Ähm Okay ich repariere das mal hier Solche Zäune könnte ich hier auch noch machen Da vorne ist auch gerade ein Raft sehe ich Das heißt ich steuere da mal hin Leider gibt es hier keine Falltöne oder so Das wäre nachher noch geiler Und hier könnt ihr auch Anbauflächen oder sowas hinbauen Ich habe auch irgendwie gesehen Dass hier irgendwelche Baumanbauflächen hier gibt Okay 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 Was kostet die Okay das sind richtig viele Scharnier und sowas Ja Lässt sich aber Bäume züchten Das heißt ich kann dann Baum hinpflanzen Das ist cool So Oder soll ich mal mehr von den Seildings hier craften Ich weiß halt nicht Dann gehe ich hier wieder hoch Kann ich hier eigentlich rüber mit der Strömung Geht sich das aus Doch ich glaube schon Soll ich ausgehen Oder Oh da geht es nicht aus Der fliegt schon wieder so eine Möwe Okay dann mache ich so Okay Aber hier so zwei Bäume So nebeneinander Ich glaube das wäre so perfekt hier Oh Ich glaube ich muss rüber spielen Oder muss ich Ich schaue noch mal Könnte ich auch jetzt Segel hier oben Platzieren Wenn ihr by the way Anbautipps oder so Generell Bautipps hier habt für mich Dann schreibt es unbedingt in Kommentare Dass ich weiß was ich als nächster Sponsor hier in Raft So nice Okay jetzt hoffe ich dass ich da rüber komme Ich fahre einfach straight in die Richtung Der Oh okay Die Strömung sind dann nicht mehr Aber ich glaube Kommt dort hin Please 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 Das kann ganz knapp werden Ja ich glaube ich glaube wir kommen dort nicht hin Geil ich lasse mal hier ähm Hier drin schwimmen Und da fällt mir gerade auf Das ist hier fertig Oh mein Gott wir haben eine Metallbahn Instant hier erforschen Lol eine Metallbahn Äh ähёт éhёт Sagstest du eine Metallbahn Das Metallbahn oder Der Metallbahn Hört sich beides gleich an irgendwie Lol das können wir jetzt alles craften Ein Bolzen Ein Scharnier Eine Schere Oh Äh eine Schaufel Eine Oh rouge Ohh böse hose Nein böse Oh Oh Äh ähä Er ist gegessen Egal Wo ich jetzt schnell wieder hin Genau Was haben wir denn noch hier gehabt Und ich glaube das Floss Ja, ne, ich glaube, das geht sich nicht mehr aus Aber Leute, wir können jetzt scharnieren So was einfach craften, wie cool ist denn das Okay, okay, okay Ich glaube, ich gebe mal den Ofen hier mal raus Ich hoffe, der geht nicht unter hier nachher Dann gebe ich den hier mal irgendwie raus Ich hoffe, das geht Ja, das geht, nice Okay, dann habe ich hier Dann spreche ich hier gleich das nächste Eisen So, bam Und genau, was haben wir hier denn noch Wir haben einen fortschrittlichen Grill Kann mehrere Portionen Nahrung auf einmal kochen Verwendet Bretter als Brennstoff, okay Stationärer Anker lässt sich Lässt ein Floß ankern, okay Okay, Netzwerf, wir können jetzt ein Netzwerfer schon craften Und Metallspeicher, okay Okay, die restlichen können wir leider noch nicht erforschen Ich freue mich, wie man das hier herkriegt Ein bisschen wie Lehm Also wie Leim, ein bisschen wie Leim Achso, ich dachte Lehm Oh, ich brauche Essen unbedingt So Trinken habe ich voll die Leister Ich brauche unbedingt Essen hier irgendwie Ich will mir irgendwie den fortschrittlichen Grill Korkus 2 Metall Erz hier Ist halt relativ teuer Aber egal Egal, ich gebe mal wieder rein So Mache ich so Bam, bam Und das Eisnäßle Lehm ich da rein So So, dann mache ich so Bam, bam Immer viel Holz, aber es geht So Aber ich finde einfach unsere Terrasse schon richtig cool So Könnte ich jetzt eigentlich hier So ein Zaun hier noch bauen Okay, es kostet sehr viel Gibt es irgendeinen anderen Zaun Hier den Zaun Ich weiß nicht, ob das cool aussieht Sieht es cool aus? Ich weiß nicht Es kostet halt 2 pro Stück Das heißt 2, 4, 6 Acht Das heißt Acht Man kann sogar hier so ein Holztor machen Das heißt, wir brauchen 10 Holz Okay, das wird sich ausgehen 10 Holz Ich habe Üst Ich habe Hunger hier gerade Das hat 10 Holz Brauche ich 10 Holz Und Genau Nägel, Nägel, Nägel Hier So, bam Sollte ich eigentlich ausgehen Ich hoffe, das Essen ist jetzt fertig So Okay Dann mache ich das Tor hier mal so Ich weiß nicht Doch, ich glaube, das gehört so Innen nach innen auch machbar Und hier so Oder soll ich Ich glaube Nee, man kann das so zusammen machen So Bam 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 Lol, wie cool einfach Wie ein Miniatur-Garten Einfach hier Wie cool Also, das ist so cool Okay, jetzt hoffe ich, dass das Essen fertig ist Oh, oh Ich esse hier mal Kartoffeln oder so So, ich pflanze es auch mal nach draußen Weil hier draußen glaube ich Kriegt es auch viel mehr Ähm Generell Wasser und alles Das ist ein Es hier mal Die Karotten Die Karotten Die Kartoffeln So, die Zeile als noch über Und Ananasse habe ich auch noch Okay, es bringt teilweise eigentlich Das bringt eigentlich nur Essen hier Ah, trinken hier Es ist fast gar nichts Also, ich pflanze mal Ähm, hier Rote Rüben wieder an Bam, bam, bam Und Wasser braucht es So Ich glaube, Wasser habe ich eh Drinnen Okay, habe ich nicht drinnen Nevermind Okay, Leiche wieder an Bam, bam So Und elf Holz Ich spare mal jetzt Immer ein bisschen Holz auf Falls ich Falls jetzt irgendwie Mein Speer kaputt geht Oder sowas So, man fällt gerade auf Das ist wenn Haken gleich kaputt ist Und jetzt Craften wir gleich Es gab mir schnell Einen neuen Hakeridino Hakeridino Bist du Hakeridino Ah, da ist er Wir könnten schon Erweiter den Craften Fällt mir gerade auf Soll ich ein Craft Ne, ich glaube Es bringt sich nichts Weil der ist relativ billig Ne, ich glaube Ich komme mir nicht ganz normal Ich glaube Ganz normal ist besser hier Also, er ist nicht besser Aber er ist einfach viel billiger Deswegen So, ich schaue Gleich, dass ich Ich glaube Acht Seile Kostet so ein Fangen Netz Und hier ist gerade Ein Gewitter Fällt mir gerade auf Und so Hoi Oh, okay So Hoi Okay So Dann habe ich hier Das Dings auch Aber ich finde es Einfach richtig geil Und das nächste Metallbahn ist auch Schon geschmolzen Ist cool So, dann lage ich hier Das auch mal ein Jetzt haben wir Einfach schon Metallbahn Das geht richtig schnell So, dann mache ich so Bam Bam Und so Das haben wir schon Metallbahn Das ist richtig cool Und hier ist wieder So ein So eine Kiste Eine Kiste Der Redino Ich schmeiße gleich Das nächste Eisen Ich meine Why not Nächste Iron Jo mei Das Eisen Und so Kunststoff Jetzt bräuchten wir Nur irgendwie so ein So ein Dach Noch Und böse Detlef Detlef Nein Detlef Nein Oh Oh, oh Mein Hacken Ist kaputt Dann böse Detlef Okay Detlef ist tot Das ist gut Ich Nehm mal Detlef mit Endlich ist Detlef Mal wieder Tod Ich glaube Detlef Ist es Detlef 6.0 Oder 5.0 Ich weiß es nicht Ich habe 5.0 Oder 4.0 Ne 4.0 War der jetzt Jetzt kommt Nämlich bald Der Detlef 5.0 Glaube ich Und das hat 4.0 Ich weiß es nicht Ihr könnt ja Mitzählen hier Ich habe richtig viel Holz gerade dabei Das ist nicht gut Wenn ich einmal sterbe Ist hier Sind immer ganz Sachen weg So und Holz Nice Oh hier ist nochmal Holz Okay Okay jetzt habe ich Kann ich mal Da muss ich nicht Mal so viel Stress haben Weil York nicht mehr Da ist So Bam So Oh und Ich bin ja gerade Irgendwie Durchgeflogen Wie auch immer Und durch die Fanglinien Kriegen wir richtig viel Holz Ich schreitze Dass ich das Noch ein paar Mehr Fangnetze hier crafte Ich glaube Ein Fangnetz Braucht glaube ich 8 Zeile Oder Craft gleich 2 Das heißt Ich brauche uns 16 Oh es geht sich Nicht mal 1 Zeile Genau nicht so aus Genau 1 Platz Dann haben wir es Wir haben 2 weitere Fangnetze Ich glaube das ist 1 Fangnetz 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 Wo bist du Fangnetz Fangnetz Da Fangnetz 2 Nägel Okay Haben wir Okay nice Haben wir 1 Fangnetze Mal So bam Oh wir haben auch Schon 4 Brauchen nicht Bis so viel Dann haben wir Das ganze Boden Rand mit Fangnetz Okay Jetzt brauche ich noch Ein Dings Hier Ein Platz Hier ist ein Platz Okay Das heißt Drei Blätter Gleichzeitig Das ist cool So und Hier Und ich Hab gerade Gelegt Egal Hier Hier Wieder Ein neues Barren Eisen Barren So Jetzt wollen wir noch Ein Sein Das zweite Fangnetz Genau Oder Sammelnetz Fangnetz Wie auch immer Man es ausspricht So Bam Wir sind eigentlich richtig gut dabei Wir haben schon richtig viel Hier Ich brauche ich jetzt nur mit so ein Dach So ein kleines Ich glaube ich baue mich jetzt so ein Dach Ich überlege gerade Soll ich ein Dach bauen Aber ich glaube es bringt sich nichts Ah ich überlege gerade Das kostet halt auch enorm viel hier Ich glaube ich lass es mal Ich baue mal hier unseren Turm hier Werte aus Der Turm Soll irgendwann so ein richtig fette Dings sein So ein richtig Großer Turm Ich könnte eigentlich Kann man nicht hier Oh okay das kann man machen Jetzt überlege ich Nicht gerade Könnte ich hier Okay okay das geht nicht Aber egal Dann baue ich hier mal Sowas Aber da kann ich nicht hier Irgendwie Das geht nicht Ich könnte mal hier sowas bauen Bam Bam okay wir haben keine Blätter mehr Äh Egal wir fahren auch Blätter Bauen wir überall so eine Plattform Ich glaube das mache ich mal hier Bam Und bam Nachher bauen wir überall So drei von denen hier Ich kann mich überall hochrennen Und hier schon schauen Das ist ja nachher richtig cool Wir brauchen halt noch Ein bisschen Blättery Dinos Wir haben gerade keine Und lol Sieht man wie effektiv Die Fangnetze hier sind Dafür kosten die halt auch Richtig viel Und so Bam Okay ich glaube der hat noch Irgendwie ein User Kann man noch einmal verwenden oder so So bam Bam okay Da sind auch noch Ist auch noch richtig viel Holz Das hier vorbeispimmt Eigentlich Schwimmen hier richtig viele Ressourcen vorbei Aber Ist halt Ich schwimmen halt viel zu schnell vorbei Und man kann nicht alle gleichzeitig gefangen So bam Bam Und bam So ich schau mal Hier schnell Was ich noch mit Eisen machen kann Was kann man mit Eisen hier machen Ich könnte mein Netzwerfer nächste Folge machen Ja Das war es jetzt eigentlich mit der Folge schon Lasst ein Like und ein Abo da Das ist ein richtig cooler Horsi Ja So warte Ich nehme mir noch die Blätter mit Wir haben einfach hier schon einen kompletten Garten hier Ich glaube nächste Folge Schaltet unbedingt nächstes Mal nochmal ein Dann machen wir hier vielleicht Und Detle5.0 ist da Schreibt mal in die Kommentare Hashtag Detle5.0 5.0 So nächste Folge machen wir wahrscheinlich nachher uns Die Fische schweben hier irgendwie Okay Ja lasst ein Like und ein Abo da Nächste Folge machen wir wahrscheinlich solche Bäume hier Ja Lasst ein Like und ein Abo da Und ciao Bis zum nächsten Mal